Hilfe! 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 Ich bin Sturmwaffe aus einer anderen Dimension und unsere Dimensionen sind in Gefahr. Deine Dimension wurde bereits gemutet. Und wir wollen nicht wissen, was mit deiner Dimension noch passieren kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, lebend aus der Sache rauszukommen. Es geht! So, nicht so wie bei der letzten Animation. Jetzt bin ich wirklich hier und talk. Ich schwöre, ich gucke nebenbei oder habe gerade die ganze Zeit Fullmetal Alchemist geguckt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Irgendwie ewig lange immer auf Netflix gesehen. Mega cool. Normalerweise, wie gesagt, überhaupt kein Anime-Gucker oder so. Irgendwie hat mich das angefixt. Und ich glaube, ich bin jetzt gleich auch schon durch. Ich glaube, ich habe in vier Tagen alle 50 Folgen jetzt geguckt. Und das ist ein bisschen krass. Aber die sind noch nicht so lang. Heute coole Animationen von zwei separaten Animateuren, die sich kennengelernt haben. Oder eine Animateurin und eine Animateur. Und die haben zusammengearbeitet an diesem kleinen Projektchen, an diesem Trailer, an diesem Film, Kurzfilm-Ding. Finde ich voll cool. Die meinten auch, die würden das gerne weitermachen. Das heißt, es kommt jetzt auf euch an. Wenn euch das gefällt, dann machen die bestimmt damit weiter. Wenn nicht, dann nicht. Also, weil die sind dann halt so wie Hasen. Und wenn Hasen was nicht gefällt, dann springen die weg. Das fand ich ganz cool mal so. Dieser kleine kurze Film und die Mixtur zwischen so einem gezeichneten Comic und einer Animation. Ja, das fand ich ganz witzig. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, auch so. Dann lasst man eine Augenbraue nach oben da. Dann ist die Augenbraue oben. Wird man nicht loben. Und wenn nicht, dann... Dann geh einfach weg. Das ist so ein weirder Scheiß. Das übliche Geplänke, was auch in der letzten Animation. Da drin da, wenn es euch gedacht hat. Lasst euch einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Animateuren vorbei. Das ist alles in den Beschreibungen. Und dann, aber nur dann. Guck mal, wie krass die Sachen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr selber animieren könnt, schickt mir YouTube-Nachrichten mit eurer Animationen darin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Momentan kommen super viele Animationen rein. Habe ich schon mal gesagt. Deswegen kommen momentan irgendwie immer so regelmäßig Animationen hoch. Weil die einfach so cool sind. Von daher, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.